Wir sind am 3.12.2022. Ich bin erst gerade zurückgekommen von Chur. Ich war heute in Chur und ich hatte einen sehr schönen Tag. Erst auf Höhe Rapperswil. Ich dachte, vielleicht Zürichsee wäre auch etwas. Das Wetter ist dort teilweise gut gewesen. Aber in Chur habe ich dann wirklich einen ganz schönen Ort gefunden. Hat mir gefallen. Ich werde das vielleicht in Zukunft etwas öfter machen, dass ich einfach irgendwo ins Café sitze, wo vielleicht nicht jeder hingeht. Aber ich mag das noch. 17.28, der 3.12.2022.